Auch bei dieser wunderschönen Musik kriege ich ein bisschen Gänsehaut und damit meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Need for Speed Underground 2, das zweite Re-Let's Play auf meinem Kanal. Wir haben gerade Need for Speed Underground 1 beendet. Falls ihr mich noch nicht kennt, schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Ich habe eine ganze Menge Need for Speed Let's Plays, andere Rennspiele, Aufbauspiele, also gerne einfach mal auf dem Kanal vorbeischauen. Wir werden jetzt aber ein bisschen Need for Speed Underground 2 spielen. Ich habe richtig Bock drauf, eines der besten Need for Speeds aller Zeiten. Und für euch gibt es jetzt noch das Intro, wer da Bock drauf hat und wer nicht, der kann das natürlich skippen. Wehe, ihr skippt das Intro. Aber auf der Straße fahre ich immer vorsichtig und verantwortungsbewusst. Rennen solltet ihr wirklich nur in Underground 2 fahren. Und denkt immer daran, euch anzuschnallen und euch an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Wir werfen, wir kostenlos für Speed sarà ein wenig next Und damit sind wir wieder im Hauptmenü mit mega chilliger Musik. Man muss sagen, bei Underground 1 haben wir noch dieses rockige und coole Musik. Und bei Underground 2 haben wir auch sehr viel, sehr chillige, entspannte Musik. Da ist man direkt beruhigt, oder? Wenn man bei Most Wanted 2005 ins Hauptmenü kommt und da die Rockmusik losgeht, dann ist man direkt gehypt. Und hier ist man erstmal ganz entspannt, chillige, entspannte Musik aus der Kindheit. So, wir spielen natürlich die Karriere. Viel Spaß dabei. Freut mich, dass ihr dabei seid. Ich habe die Karriereанung schon einmalig. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Do it again! Du gefällst uns. In meinem Team wär noch ein Platz für dich frei. Eine andere Antwort als Ja zählt nicht. Na, wie sieht's aus? Hier geht voll die Party ab und alle warten auf den Star. Gib Gas und komm her! Komm her! Hallo? Hallo! Ja, alles okay. Ich musste mich nur gerade um ein kleines Problem kümmern. Ich dachte, ein Neuanfang wär dir recht. Mach den Kopf frei, kann ich gut verstehen. Pass auf, meine Freundin Rachel wartet in Bayview auf dich. Sie leiht dir ihren Wagen. Er steht schon am Flughafen, er ist ihr größter Schatz, also Vorsicht! Viel Glück! Wir sehen uns! Wir sehen uns! Hey, alles klar? Ich bin Rachel, Samantas Freundin. Hab gehört, dass deine Maschine gelandet ist. Willkommen in Bayview. Hey, falls du es nicht schon erraten hast, das, was du hier hörst, ist das Kurzmitteilungssystem, auch bekannt als SMS. Ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, deshalb hab ich schon mal alles eingestellt. Lies dir am besten die Anleitung durch. Ja, gut. Erinnert sich noch irgendwer von euch daran, wann er die letzte SMS geschrieben hat? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, glaub ich, seit zwei Jahren oder so keine SMS mehr geschrieben. Früher noch meiner Mama, weil die kein WhatsApp hatte. Jetzt hat er inzwischen sogar meine Mama WhatsApp. Also, SMS sind komplett out. Hier im Spiel, das von 2004 ist, kriegen wir noch erklärt, was SMS sind, weil das vielleicht nicht jeder kennt. Und heute kennt es die Jugend auch schon nicht mehr, weil es einfach keiner mehr benutzt. Also, so schnelllebig ist die heutige Zeit. Aber ich find's ja herrlich. Ich find's ja auch schön. Also, insofern... Wirf einen Blick auf die Minikarte. Sie ist einfach zu benutzen und du solltest dich daran gewöhnen. Die Stadt ist groß, weißt du? Ich brauch meinen Bart bei dir. Also komm bitte zum Autohändler, der auf der Minikarte markiert ist. Und damit herzlich willkommen in Bayview. Aber die werden uns jetzt weiterhin vollquatschen. Wir fahren erst einmal mit Rachels Nissan 350Z und sammeln hier unterwegs diese wunderschönen Dinge alle ein. Achso, eine Sache wollte ich noch. Ich muss noch die Tastenlegung kurz ändern. Und wir stellen natürlich die Schwierigkeit auf hoch, äh, auf schwer hoch. Also, die ist normalerweise auf mittel. Wir machen die natürlich auf schwer. Wenn schon, denn schon. Haben wir ja bei Underground 1 auch gemacht. So, jetzt bin ich wieder da. Oh, Rachel. Ich hab hier ein paar Renninfos für dich. So eine Trompel-Loser trifft sich gerade für ein paar Rennen. Gute Chance, dein Konto ganz easy aufzubessern. Ich schick dir die Location. Wir sehen uns. Okay, dankeschön, mein Lieber. Ja, wir sind ja mit Rachels Nissan unterwegs. Und jetzt kriegt sie halt Nachrichten auf ihre... Auf ihre SMS-Anlage. Ja, kriegt sie Nachrichten von Rennen, die hier so in der Stadt sind. Das ist zwar nicht unser Auto, aber wir werden mit diesem Auto jetzt erstmal ein paar Rennen fahren. Werden wir den schon mal haben. Ja, Rachel, alles klar? Hab gehört, dass in Ford Union einiges los sein wird. Den genauen Ort hab ich noch nicht ausgemacht, aber du findest es schon. Meine Jungs sagen, das wär ein einfaches Ding. Vielleicht willst du ja mitmachen. Viel Glück. So, hier ist eins von diesen Rennen. Also, Rachel wartet eigentlich auf ihr Auto. Wir sollen den nur... Sie hat uns den nur geliehen, damit wir vom Flughafen zu ihrem Autoshop da fahren können. Aber wir fahren jetzt einfach mal ein paar Rennen. Gerade hier angekommen, ist nicht unser Auto. Aber egal. Erstmal ein paar kleine Rennen fahren. Zum Beispiel dieses hier. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen? Halt mal den Ball flach, Kumpel. Nur weil du in Rachels Auto rumfährst, heißt das gar nichts. Wirf deine Kohle rüber und tritt an. Keine Gnade. Wir sehen uns an der Zielinie. Ein schönes, kleines Rundkursrennen. Kleiner, du kommst hier in Rachels Kiste an und lässt den Helden raushängen. Du brauchst schon mehr. Das ist eine geile Karre, um dich hier zu behaupten. Zück die Kohle und los geht's. Zwei Runden. Die Strecke kommt gleich auf deine Karte. Ja, das fahren wir natürlich. Und wie gesagt, auf schwer. Was haben wir denn so dabei an Autos? Wir haben noch einen Nissan. Wir haben einen... Was ist das? Ein Lexus? Nicht schlecht. So, mal sehen, was wir hier machen können in unserem allerersten Rennen. Ich meine, das ist ja ganz cool, dass wir Rachels Auto haben. Das hat nämlich schon Nitro und so. Das hat ein bisschen Power. Und damit kann man erst mal so sein erstes Rennen fahren. Rachel freut sich dann, wenn wir ihren Wagen ein bisschen Auslauf geben. Ihr seht's natürlich schon. Ich spiele wieder mit Full-HD-Patch. Ich spiele mit Widescreen. Ich spiele mit Textur-Mod. Mir gefällt es einfach besser. Das Spiel sah auch damals ganz cool aus. Aber heutzutage... Man kann es ein bisschen aufhübschen. Und ich finde, das Spiel verliert dadurch nicht seinen Flair. Also es ist nicht so, als würde man das jetzt zu Tode modden damit. Und es sieht dann nicht mehr nach Underground 2 aus. Es sieht immer noch nach Underground 2 aus. Nur besser, finde ich. Und ich spiele lieber so. Insofern mit Texturen von Dragosul. Und mit Widescreen-Patch. Es war ein bisschen schwierig, das auf Windows 10 zum Laufen zu kriegen. Aber es hat dann am Ende geklappt. Da bin ich sehr froh, dass es doch noch funktioniert hat. Wui! Da holen wir mal ein bisschen Nitro raus. Sonst ist das die ganze Zeit voll hier. Meine Güte. Ja, ihr Wagen geht schon ziemlich ab. Wir sind jetzt schon bei 300 kmh fast. Der hat auf jeden Fall gut Power. Wir haben gerade erst... Also während ich das hier aufnehme... Ich weiß ja nicht, wann ihr dieses Video hier seht. Während ich das hier aufnehme, haben wir gerade erst Underground 1 neu Let's Played. Und gerade erst beendet. Wenn ihr also das noch sehen wollt. Das war ja der Vorgänger von dem hier. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, das Let's Play. Dann werde ich euch mal noch die Playlist dazu verlinken. Da könnt ihr da auch noch reinschauen. Da war auf jeden Fall wieder ein geiles Let's Play. Und wir machen einfach jetzt weiter mit Underground 2. Das ist einfach für viele... Eines der besten Need for Speededs. Also ich würde glaube ich, wenn man mich fragt... Für mich ist, glaube ich, Most Wanted 2005 das beste Need for Speed aller Zeiten bisher. Und wahrscheinlich auch auf alle Zeiten. Ich glaube nicht, dass irgendwann nochmal ein besseres kommen kann als Most Wanted 2005. Aber Underground 2 spielt auf jeden Fall ganz, ganz oben mit. Und ähm... Ja, ist auf jeden Fall auch eines der besten Need for Speeds. Ganz klare Sache. Underground 1 ging schon in die richtige Richtung. Da haben sie ja zum ersten Mal dieses Underground Racing und Tuning und so angefangen. Und dann haben sie bei Underground 2 diese ganze Idee und das ganze Konzept aufgegriffen und nochmal besser gemacht. Mit einer größeren Karte, mit mehr Autos, mit mehr Tuning. Ja, geiles Spiel. Trotzdem ist für mich Underground 1 noch mehr Kindheitsspiel, weil ich hatte damals Underground 1 und hab das bestimmt 20 Mal durchgespielt in meinem Leben. Und Underground 2 vielleicht zweimal, dreimal bisher. Insofern, ähm, hab ich da nicht so viel Verbindung zu. Das heißt, wenn ich mal Sachen nicht checke oder so, ne, das kann ja alles sein, dann schreibt bitte nicht, oh mein Gott, bist du blöd, ich hasse dich, ich deabonniere dich und was nicht alles. Sondern dann schreibt einfach einen netten Kommentar. Hey, Walle, du hast da das und das übersehen. Oder, hey, Walle, ähm, du könntest das und das so machen. Also, falls ich irgendwas nicht checke oder übersehe, was uns im Spiel helfen könnte, könnt ihr mir das gerne freundlich in die Kommentare schreiben. Ich freu mich. So, wir fahren aber jetzt erstmal unser erstes Rundkursrennen hier. Und das sollten wir gleich gewonnen haben. Ich werde versuchen, so lange wie möglich auf Schwer zu spielen. Das ist so mein eigener Ansporn eigentlich, mein eigener Ehrgeiz. Mal sehen, wie lange wir das durchhalten. 2,57. Ja, gute, gute Zeit, oder? Wir hatten einen 350Z dabei, wir hatten einen IS300, das ist der Lexus, und noch ein 3,350Z, nicht schlecht. So, wir kriegen Rufpunkte 200 und 200 Geld. Das ist auch sehr gut, können wir gut gebrauchen. Mann, wo bleibst du? Hast du dich verfahren, oder was? Du findest den Automarkt auf der Minikarte. Beeil dich und komm her, ich hab nicht die ganze Nacht Zeit. Aber dein Wagen fährt sich so gut, und wir wollen mit dem noch ein bisschen durch die Gegend heizen. Das tut mir ja auch leid. Ähm, wir fahren jetzt, wartet mal, wenn ich mich richtig erinnere. Es gibt, also es gibt diese zwei Rennen auf der Karte, den Sprint und den Rundkurs, die kann man schon fahren. Dann haben wir ein bisschen mehr Startgeld, wenn man sich da Rachels Auto verleiht. Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Aber ich meine, es gäbe noch ein drittes Rennen, was nicht auf der Karte angezeigt wird. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo das war. Ich glaube... Wartet mal, irgendwo in einer von diesen Straßen war das, glaube ich. Es gibt nämlich noch ein Rennen, das ist aber nicht auf der Karte. Wir suchen mal. Vielleicht finden wir das, dann machen wir das nämlich auch noch. Fangen wir drei Rennen mit Rachels Auto. Die wird uns den Kopf abreißen, ich sag's euch. War das hier? Da ist es doch, da ist doch was. Tatsache, hier ist es nicht auf der Karte markiert. Okay, warte mal, ich nehme noch eben die Infotafel da hinten mit. So, und dann fahren wir noch das Rennen hier. Hey, Baby, lange nicht mehr. Hey, was ist denn das? Ach, verstehe, da will mich einer verarschen. Mir doch egal. Also, trittst du an, oder was? Der Erste im Ziel sackt die Kohle ein. Hey, Baby. Hey, Rachel. Ach, du bist ja gar nicht Rachel. Naja, auch egal. Wenn du mitfahren willst und die Kohle hast, bist du dabei. Du kannst dich nachher um Rachel kümmern. Wir fahren zwei Runden. Der Erste im Ziel kassiert die Kohle. Alles klar? Alles klar. 0,9 Kilometer. Wir kriegen 400 dafür. Das lohnt sich. Also, das ist ja der Synchronsprecher von King of Queens. Da haben sie damals wahrscheinlich vieles für bezahlt. Damals war das ja voll innen. gegen einen X7, gegen einen Eclipse. Mann, Mann, Mann. Was haben wir hier geile Gegner. Ich will auch so ein geiles Auto haben. Wobei, der 350Z von ihr ist ja schon eine richtige Sahneschnitte. Aber das, was wir jetzt gleich als Auto kriegen werden, als erstes Startauto, das wird wahrscheinlich keine Sahneschnitte sein. Ich würde gerne den 350Z einfach direkt behalten. Können wir den nicht klauen und uns damit eine Straßenracer-Karriere aufbauen? Scheiß auf Rachel. Okay, wir müssen links. Wäre gut, wenn wir das auch machen. Ja, das war wirklich ein bisschen schwierig, das auf Windows 10 zum Lauf zu bringen. Erst recht noch mit dem Patch und mit den Texturen und so. Und fragt mich bitte nicht, wie. Ich habe tagelang gegoogelt und ausprobiert und rumprobiert und Sachen gepatcht und wieder endpatcht. Ich kann euch da keine 1 zu 1 Anleitung geben, wie ich es gemacht habe. Was am Ende funktioniert hat, weiß ich nämlich nicht mehr. Ich habe so viele verschiedene Sachen durchprobiert. Aber es gibt viele Tutorials. Also wenn ihr den Ehrgeiz habt und genug sucht, dann werdet ihr das schon herauskriegen können im Internet. So wie ich das halt auch irgendwie gemacht habe. Und ich habe nicht mal einen Crack drauf jetzt. Das ist die mit der originalen Echse. Ich habe die CD im Laufwerk. Also echt ganz cool. So, dann wird aber auch das zweite Rennen hier gewonnen. Machen wir noch einen schönen kleinen Burnout, einen kleinen Donut hier. Gegen einen Eclipse, einen X7 und einen RX8. Den gab es zum Beispiel bei Underground 1 noch nicht, den RX8. Und dann kriegen wir nochmal 300 Ruf und nochmal 400 Geld. Das ist richtig schön. Das ist Kohle, die wir gut gebrauchen können am Anfang, meine Freunde. Hey, ich will mein Auto und zwar jetzt. Wenn du nicht sofort hier aufkreuzt, verpfeife ich dich. Und dann fährst du erst wieder Rennen, wenn ich es sage. Jetzt komm schon her. Rachel ist langsam pissig, weil wir ihren Wagen... Es ist ja wirklich so, die hat den am Flughafen abgestellt und uns den Schlüssel gegeben, damit wir kurz zu ihr fahren. Und dann kommen wir einfach zwei Stunden später oder so, weil wir noch an irgendwelchen Straßenrennen teilnehmen mit ihrem Auto. Das ist eigentlich ziemlich dreist, muss man sagen. Aber so sind wir halt, ne? So, jetzt fahren wir auch noch eben den Sprint. Und dann haben wir auch alle Rennen hier abgeklappert. Und dann können wir uns auch um Rachel kümmern. Tut mir wirklich leid, dich warten zu lassen, meine Liebe. Aber dein Auto ist zu geil. So, hier ist noch eine Infotafel und hier ist ein Sprint. Den fahren wir auch noch eben. Was machst du denn da in Rachels Wagen? Ach, du bist der Typ, von dem ich schon gehört habe. Dann wollen wir dich mal standesgemäß begrüßen. Die Karte zeigt dir den Weg. Straighter Sprint. Wir sehen uns im Ziel. Ja, wir sind in Bayview angekommen und machen uns direkt einen Namen. Das finde ich super. Hey, Schätzchen. Ach, du bist ja gar nicht Rachel. Du bist wohl das Weichei, das bei ihr rumhängt. Wir fahren heute ein Sprintrennen. Wenn du mitmachen willst, rück die Kohle rüber. Die Strecke findest du auf deiner Karte. Bist du dabei? Natürlich sind wir dabei, meine Freunde. Was ist denn das für eine Frage? Er hat hier schon rotierende Felgen links von uns. Der Hyundai Coupé. Und ein Supra dabei. Ei, geile Autos, Mann. Geile Autos. Aber dieser Hyundai Coupé mit den rotierenden Felgen, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Also ich meine, Underground 1 war schon Racer-Tuning-Style. Aber bei Underground 2 haben sie es dann wirklich auf die Spitze getrieben. Mit den Neon-Funktionen und mit diesen Scherentüren und Subwoofer und rotierende Felgen. Da haben sie wirklich dann komplett, sind sie komplett eskaliert. Also rißigeres Tuning als in Underground 2 kann man nicht mehr finden. Aber das ist vollkommen in Ordnung, ja. 2004 war eben die Hochzeit dieses Tunings und gerne, gerne. Werden wir auch so machen. Ob ich jetzt rotierende Felgen nehme, das weiß ich noch nicht. Das ist dann ein bisschen sehr viel des Guten. Wir werden aber auf jeden Fall dicke Spoiler draufhauen, dicke Felgen draufhauen, Neon draufhauen. Man kann ja trotzdem mit diesem übertriebenen Tuning ein schönes Tuning hinkriegen. Man muss ja nicht pink mit orange machen oder so. Man kann es ja trotzdem stylisch machen, so wie wir es bei Underground 1 auch gemacht haben. Dass es eben Racer-mäßig ist, aber immer noch geil aussieht. So, wir wollen links rum. Links, 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 habe ich gesagt. Und jetzt rechts abbiegen dann. Geht? Mann, ihr Nissan, ist aber auch geil, oder? So ein schönes Auto. Ich würde den wirklich am liebsten einfach direkt übernehmen. Wir brauchen gar kein eigenes Auto. Auch das Grün und diese Carbon-Motorhaube und so, der sieht insgesamt einfach cool aus. Das Gesamtkonzept gefällt mir. So, also ich meine, wir fahren zwar schwer, aber bisher sieht das ja alles wunderbar aus hier. Die ersten beiden Rennen haben ja schon gut gewonnen. Und das hier gewinnen wir jetzt auch gerade. Da bin ich ja sehr zufrieden. Ein guter Start ins Spiel. So, gegen Supra, gegen GTO und gegen Coupé. Da kriegen wir nochmal 200 und nochmal 200 Rufen. Damit sind wir jetzt schon richtig reich fast. Weißt du, Hot Shot, alle wissen jetzt, was Sache ist. Du fährst keine Rennen mehr und je später du hier vorfährst, desto übler wird das Ganze. Das war mein letzter Anruf. Mama ist pissig. Ich sag euch, die wird uns den Kopf abreißen, wenn wir dann endlich da sind. Na gut, wir fahren also jetzt endlich mal hin. Das können wir eh nicht antun, jetzt noch länger zu warten. Rennen aber sowieso keiner mehr auf der Karte. Aber das war doch sehr cool, das Auto mal eben zu leihen, um ein bisschen Kohle zu machen. Aber dann haben wir nämlich jetzt 950 auf dem Konto. Und damit kann man doch auf jeden Fall was anfahren. Also so ein bisschen kenne ich mich aus in Underground 2, aber ich muss sagen, zu Hause bin ich eigentlich in Underground 1 mehr. Insofern, wie ich es eben schon gesagt habe, wenn ihr sinnvolle Tipps habt, dann immer her damit. Und nö, falls ich irgendwas... Es ist ja auch schon sehr lange her, dass ich es das letzte Mal gespielt habe. Also man kann auch Sachen mal wieder vergessen. Und wenn euch da noch was in Erinnerung ist, weil ihr es vielleicht zuletzt gespielt habt oder so, oder vielleicht war das euer Kindheitsspiel hier, dann immer gerne her mit Tipps und Infos, die ich übersehe. Ansonsten versuche ich ja verseben auch mein Bestes. So, ich glaube, hier lag noch ein Geldpaket. Genau, ja wunderbar. Daran erinnere ich zumindest mich noch. Damit sind wir jetzt bei 1025. Wir sind also wirklich schon ein halber Millionär, wenn wir hier ankommen. So. Meine liebe Rachel, bitte verzeih es mir. Ich wollte dein Auto nicht kaputt... Haben wir es kaputt gemacht? Nö, wir sind eigentlich relativ fehlerfrei gefahren. Wir sind direkt auf schnellstem Wege vom Flughafen hingekommen. Wir haben keine Rennen gemacht. Nein, haben wir nicht. Oh, sie sieht pissig aus. Na endlich, wo bist du mit meinem Wagen gewesen, ha? Wenn da auch nur ein Kratzer dran ist. Sam sagt, du kannst fahren. Mag ja sein, aber nicht mit meinem Wagen. Nutzt deine Kohle für einen fahrbaren Untersatz. Ich ruf dich später an. Hey, es gibt gute Neuigkeiten. Das Geld vom Unfall ist da. Samantha hat es mir überwiesen. Kannst dir einen neuen Wagen dafür aussuchen? Wir sehen uns nachher. Ohne Scheiß, Leute. Dieses Lied, Riders of the Storm, oder Riders of the Storm, oder wie es heißt, von Snoop Dogg. Ich habe das heute noch auf dem Handy. Ich höre das heute noch beim Sport, ne? Das ist einfach heute noch ein geiles Lied. Das kann ich mir genauso geben wie damals. Also die Need for Speed Musik. Hammer. So, wir dürfen uns ein Auto auswählen. Peugeot 206. Kann man machen. Ist nicht so mein Stil. Mag ich persönlich nicht so gerne. Ford Focus. Schon eher mein Stil. Schönes Auto. Kann man auf jeden Fall was daraus machen. Dann einen Toyota Corolla. Ein Corolla. Ist nicht so meins. Diese schönen Glubsch-Augen vorne. Aber eben nicht so mein Stil. Dann haben wir einen Nissan 240SX. Der ist natürlich ohne Frage von den Startautos, die wir auswählen können, das Filetstück. Das ist schon das schönste Auto, finde ich. Allerdings natürlich auch ein bisschen Mainstream vielleicht damit zu gehen, ne? Was haben wir noch? Peugeot 106. Ah, wir haben den, wir haben den, okay, wir haben auch noch den älteren. Und weil wir natürlich die, die europäische, deutsche Variante haben, haben wir auch noch den Opel Corsa dabei. Oben steht zwar Opel Corsa. Im Spiel haben wir dann Vauxhall. Aber den konnte man, glaube ich, ich glaube, in der US-Variante kann man den gar nicht fahren. Es gibt nämlich Leute, da habe ich durch meine Recherchen nach, wie es funktioniert, habe ich das herausgefunden. Es gibt Leute, die sich einen amerikanischen Crack zum Beispiel holen und da ist das Auto dann gar nicht drin. Das ist nur in der europäischen Variante, glaube ich, drin gewesen damals. Ich bin ja fast geneigt, und das habe ich in meinem ersten Let's Play zu dem Spiel auch gemacht, den Opel Corsa zu nehmen. Das ist nämlich das einzige Auto in diesem Spiel, was ich selber schon mal besessen und gefahren bin. Besessen habe und gefahren bin. Allerdings wäre natürlich die obvious schönste Auswahl der Nissan. Es war halt mal mein Auto. Das einzige Auto, was ich bisher besessen habe, war ein Opel Corsa C, den ich von meinem Opa bekommen habe. Also der ist ihn vorher gefahren. Und es ist kein schönes Auto. Es tut mir leid. Ich bin ihn zwar schon gefahren, aber ich bin froh, dass ich ihn nicht mehr habe. Ganz ehrlich, der war grausam. Der hatte ständig Probleme. Der hatte so eine EZ-Tronic-Schaltung drin, die ständig Fehler hatte. Also, nee, eigentlich kein schönes Auto. Ich mag ihn eigentlich gar nicht, auch wenn ich ihn hatte. Deswegen nehmen wir den Nissan, auch wenn er ein bisschen Mainstream ist. Ein schöner kleiner 240SX. Sind wir nämlich in Underground 1 auch gefahren. Schönes Auto. Schwing dich in deinen Wagen und komm zu meiner Garage. Die Straßen sind eh leergefegt und kein Rennen in Sicht. Wage es nicht, mich wieder warten zu lassen. Bis nachher. Nein, Rachel. Nochmal werde ich mir das nicht erlauben, dich warten zu lassen. Das tut mir auch sehr leid, dass ich dich habe warten lassen. Aber es hat sich gelohnt. 1025 nimmt man gerne mit. So, wir könnten jetzt natürlich schon Schluss machen. Aber, meine Freunde, das ist ja der erste Part, ne? Und wir haben ja auch Lust auf ein bisschen mehr. Insofern machen wir jetzt noch nicht Schluss, sondern wir fahren auf jeden Fall noch zu ihr rüber und gucken mal, was sie so zu sagen hat. In unserem neuen Auto. Ein neues KFC. Ein schöner kleiner Nissan. Ich mag ihn. Ja, ich mag ihn. Schönes Auto. Ich habe in dem ersten Let's Play damals, das war glaube ich 2013, oder wann habe ich das erste Mal das Spiel hier Let's Play, da habe ich ein... Ei, keine Kratzer, Mann. Da habe ich ein Opel Corsa genommen. Es passt ja auch, sag ich mal, zu diesem Thema, man fängt ganz klein unten an und so, ne? Da kann man auch am Anfang einen Opel fahren. Wer fährt schon einen Opel? Ne? Also ihr kennt wahrscheinlich auch diese ganzen Opel Witze. Die neueren Opel, muss ich sagen, so in Insignia oder so, die gefallen mir auch richtig gut, aber der Corsa 10, den wir damals hatten, das war kein schönes Auto. Weder Leistung, noch vom Aussehen her schön, noch von der Funktionalität. Da war ständig irgendwas, ging nicht und so. Naja, okay. Aber das hier ist ein schönes Auto. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich sammle immer hier diese Dinger ein. Das sind so Infos und so Gedöns. Wir sammeln das erstmal alles ein und gucken uns das später mal an in Ruhe. Hier ist noch so eins. Und dann fahren wir hier erstmal rein, da wo es lila leuchtet. Hier wollen wir hin. Hör gut zu. In der Bayview-Rennszene geht ohne mich gar nichts. Und falls du es noch nicht gemerkt hast, die Rennszene hier ist total angesagt. Du findest alles, was dein Herz begehrt, wenn du weißt, wo du suchen musst. Drags, Drifts, Rundstreckenrennen und mehr. Du glaubst nicht, was wir schon alles erlebt haben. Natürlich ist auch jede Menge Geld im Spiel. Und für Elite-Fahrer gibt es die Underground Racing League. Das sind Rennen, zu denen man extra eingeladen wird. Mit Kohle und Respekt en masse. Alles, was du brauchst, sind Connections und eine gute Empfehlung. Der Laden gehört mir und du bist nur ein Gast. Ich hab das Sagen. Also hör zu. Da hinten ist Tommy. Er zaubert dir die tollsten Sachen unter die Haube. Wart's nur ab. Ich muss jetzt los und meld mich bei dir. Hey, Rachel hat alles geregelt und du bist fit für die Straße. Einen Garagenplatz hat sie dir auch reserviert. Ich zeig dir, wo. Okay, da wären wir. Der Platz ist für dich. Du kannst hier Teile und Ausrüstung lagern. Es gibt hinten auch Werkzeug, wenn du deinen Wagen tunen willst. Gerne, gerne. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen tunen. Ich muss ja sagen, eigentlich ist es ganz geil, denn man kommt in Bayview an und das erste, die ersten Personen, die man sieht, sind diese heißen, aber auch starken Ladies mit Charakter, die auch gerne mal den Männern eine Ansage machen. Das finde ich gut. Das finde ich irgendwie cool, dass man hier die, aber schön sehen sie schon aus, die ganzen Ladies hier im Spiel. So, bevor wir jetzt gleich Schluss machen. Wie sieht's aus? Warte mal, Wagenauswahl, so, Explorer-Modus. Ich muss mich erstmal wieder reinfinden. Jetzt haben wir gerade hier einen Monat lang Underground 1 gespielt. Leistungstuning, Teile wechseln. Glaube ich hier. Tuning-Teile, Entrieur, Spezialteile, da kommen dann die ganz abgefahrenen Sachen hier. Neon, Autoglas, Scheinwerfer, Nitro-Entlüftung, nicht nur Nitro, nein, Nitro-Entlüftung, Hydraulik, Hi-Fi-Anlages, Binders, geteilte Motorräume, also das ist dann der letzte Racer-Shit hier in dieser Abteilung, aber sehr geil. Nicht wundern, ich muss manchmal zwischendurch kurz pausieren für einen kleinen Dance und ein bisschen mit der Musik abgehen, weil die ist einfach geil. So, dann können wir hier bei Tuning-Teile wechseln, können wir natürlich theoretisch Motor, ECU und das ganze Leistungstuning haben wir hier. Kennen wir auch schon aus Underground 1 und dann können wir hier natürlich noch Karosserie-Teile wechseln. Kotflügel-Verbreiterungen, Carbon, Auspuff, Außenspiegel, Rückleuchten, Motorhom-Spoiler, Seitenschutz, next-on, so. Okay, aber noch haben wir hier nicht so wirklich Möglichkeiten, deswegen, gut, aber das ist unser Garagenplatz, hier können wir dann irgendwie jederzeit wieder hin, zurück. Und dann hat man plötzlich wieder Rockmusik, ne? Ach, übrigens, ich hab vergessen dir zu sagen, dass in der City heute Abend ziemlich was los ist. Ich hab dir die Locations auf deine Karte hochgeladen. Kannst gleich schon mal anfangen, dir einen Namen zu machen. Ich hab mir ja schon einen Namen gemacht mit deinem Auto, mit Rachels Auto. Also, wir werden, ja doch, ein Rennen fahren wir noch. Ne, ich wollte nur gerade sagen, man kommt raus, plötzlich hat man wieder diese Rockmusik und andererseits hat man aber auch dieses chillige Hip-Hop-Zeugs und so. Eigentlich eine lustige, bunte Mischung und trotzdem funktioniert das insgesamt dann einfach gut. Schon ganz cool. Hey Mann, falls du's noch nicht wusstest, hier in Bayview bin ich der absolute Experte für Tuning-Teile. Wenn irgendein Shop ein richtiges Sahne-Teil auf Lager hat, das du dir ansehen solltest, schick ich dir eine SMS. Pass auf, solche Parts gehen schnell weg. Bevor du dich jetzt bei mir bedankst, ich hab mir noch nicht überlegt, was du mir dafür schuldest. Bis später. Bis später, mein Lieber. So, ich hab noch mal Geld gefunden. Damit haben wir schon 1200 Leute. Es geht aber ab hier. So, was haben wir hier für ein Rennen? Was war blau nochmal? Ich hab's schon gar nicht mehr im Kopf. Ein Streetcross. Ja, Streetcross ist neu in Underground 2. Da haben sie die Driftstrecke aus Underground 1 genommen und da fährt man jetzt sowas wie Rallycross oder so. Man fährt im Kreis auf Dreck. Jo, fettes Streetcross am Start. Bist du cool? Dann mach mit. Los, trau dich. Hol die Kohle raus und stell dich hinten an. Okay, hör mal her. Was du jetzt erlebst, ist der Streetcross. Das ist der heißeste Kick in der Race-Welt. Die Strecken hier sind echt krass. Die Kurven sind so eng, dass du verdammt aufpassen musst, wie du sie nimmst. Tu alles, um den anderen Typen beiseite zu schieben und die Innenlinie zu erwischen. Hier sparst du nämlich ne Menge Zeit. Stimm dein Wagen auf schnelle Sprints und satte Kurvenlage ab. Alles klar? Cool. Dann zeig deinen Gegnern, wo der Hammer hängt. Okay. Ich glaube, da muss ich mal ne Lanze brechen für Need for Speed 2015, weil ganz ehrlich, in Need for Speed 2015, diese Cutscenes und die Handygespräche sind genauso wie die in Underground 2 hier. Die sind genauso peinlich. Und in Need for Speed 2015 haben sich alle darüber beschwert, wie peinlich und schlecht gemacht diese Handygespräche sind und sowas und die Cutscenes. Dabei sind die in dem Spiel hier genauso. Der Unterschied ist halt einfach nur, 2004 hat sich da keiner darüber beschwert. Das war einfach ne andere Zeit. Und, ähm, auch vor allem als Kind, als man das gespielt hat, da hat einen das gar nicht gestört. Da fand man das cool. Und jetzt heute, dann spielen die Leute heute Need for Speed 2015 und denken sich, was ist das für ne peinliche Scheiße. Dabei haben sie wahrscheinlich versucht, auf die Fans zu hören und haben versucht, ähm, die, diese alten Sachen, das, was die Leute an den alten Underground teilen und so feiern, haben sie wahrscheinlich versucht, wieder reinzubringen. Aber das funktioniert nicht. Du kannst das nicht zehn Jahre später genau so wieder machen, weil es dann doch irgendwie peinlich wirkt. Auch wenn es das ist, was die Fans offensichtlich eigentlich wollen. Naja, gut. Aber das ist ein anderes Thema. Weil ich meine nur, wenn man mal bei 2015, ja, diese Gespräche mit Travis und so am Handy, die sind genauso peinlich wie hier in dem Spiel, Mann. Es ist eins zu eins dasselbe. So, 200, 250. Haben wir gewonnen, kein Problem. Hey Mann, gutes Rennen. Aber weißt du, Gewinnen ist echt nicht alles. Den Gegner in Grund und Boden zu fahren ist angesagt. Je mehr Vorsprung du auf deinen Gegner hast, desto besser wird dein Ruf. Also gib dein Bestes. Ja, wir haben ja eine ganze Menge Vorsprung wieder gehabt. Also, wir müssen mehr Vorsprung haben, dann gibt es mehr Rufpunkte. Das ist im Endeffekt die Devise. Wir haben jetzt auf der Karte hier einige Rennen. Drei Stück, vier Stück sogar. Und das heißt, beim nächsten Mal haben wir einiges vor. Wir haben ein eigenes erstes Auto. Wir sind angekommen in Bayview und das freut mich sehr und ich hoffe, ihr habt Bock da drauf. Wie gesagt, wenn ihr mich noch nicht kennt, checkt auf jeden Fall mal meinen Kanal ab. Es gab eine ganze Menge verschiedene geile Need for Speed Let's Plays schon bei mir und auch eine ganze Menge andere Spiele, Rennspiele und was nicht alles. So, hier haben wir noch ein bisschen Geld. Jetzt haben wir schon 1500. Meine Güte. Wir sind einfach nur reich. Hauptsache, was mir jetzt gerade noch in den Kopf kam, eben bei dem Streetcross-Intro-Video, ne? Da rammen die sich ja sonst wie links und rechts gegen und das sagt ja auch, das Wichtigste ist, es rammen die Gegner weg. Wenn man sich das jetzt mal in real vorstellt, die bauen sich ja einfach, wenn man so ein Auto hat, das ist ja so ein Lebensprojekt. Ja, du steckst da dein Geld rein, du tunst da rum, du schraubst an dem Auto rum und das ist so dein Baby, so wie Rachels Nissan eben ihr Baby ist. Und dann gehst du damit auf eine Koststrecke und fährst gegen die Wände und rammst die anderen weg und danach ist dein Auto einfach nur schrottreif. Wenn man sich's mal in real vorstellt, ist das Ganze ziemlich lustig. So, wir sind erstmal fertig mit dem ersten Part, Need for Speed Underground 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte gerne mal ein Däumchen da. Wir sehen uns im zweiten Part wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute erst einmal. Euer Walle. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.